Bei meiner Rückkehr fand ich Kahnlark durch Brainiacs Angriff zerstört vor. Meine geliebte Königin war tot. Ich brachte ihren Körper zur Lazarusgrube, um sie zurückzuholen. Doch jemand hinderte mich. Raj Al Ghul. Er bot mir einen Handel an. Zugang zur Grube gegen Hilfe bei seiner Machtergreifung. Raj bewunderte Supermans Regime und wollte es noch weiter treiben. Ich schätze Raj nicht, aber ich akzeptierte. Ich würde alles tun, um meine geliebte Frau wieder umarmen zu können.